Wir haben den Kampfer gesteigert und da kommen wir uns sehr zufrieden. Ja, jetzt sind wir auf und kommen. Das können wir uns noch einmal ganz kurz führen lassen. Die Niederlässe, alle Gute für die Niederlässe, die Saison 2016. Dankeschön. Und auch da wollen wir uns an der Tafel noch einmal ein kurzer Abend für ein toller Kampfhinteraus für Christian Mejel. Und wir sind im nächsten Mal auf die 60-Mitte der Frauen mit der Schweizer Meisterin Mujicina Kappuccini. Aufmerksamkeit ist die Europameisterin der Staffel 215 aus der Ukraine, Latalia Kolumbia. Die waren zwei für die Brasilianische Meisterin, für Rosalina Santos. Aufmerksamkeit ist die Vizemeisterin der Niederlässe, Jair Zabwe. Die jüngste, aufmerksamkeit ist die Voraussetzte, 7,19-Jund-20-Hauptmann-Meisterin aus Polen, Eva Zoboda. Und die Voraussetzte, aufmerksamkeit ist die Voraussetzte, Karina Kolumbia. Und die Voraussetzte, die Voraussetzte, Karina Kolumbia. Das Finale, 60 Meter, Jair Zabwe. Das Finale, 60 Meter, Jair Zabwe. Aufmerksamkeit ist die Voraussetzte. Das Finale, 60 Meter, Jair Zabwe. Set! Das ist die Sekunde. Und ich sehe hierfür noch. Vielen Dank. So, die Kau, ihr müsst in meinem Auskurs zu der Sitzung, wenn ihr uns mit der Sitzung seid.